Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. So, gestern kam hier kein Video und ich wollte noch ein kleines Video machen, was ich nur von Montag bis Freitag hinterher ein Video bringe. Und Samstag und Sonntag nicht. Also, das wollte ich nur sagen, sodass ihr euch nicht wundert, warum am Wochenende immer keine Videos kommen, weil da genau ein bisschen was mit meiner Familie und Freunden machen und so. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also, morgen kommt wieder ein Vlog. Und ja, haut rein, ciao.